Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist zu dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifröst kann ihn wieder erwecken. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifröst, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifröst dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neuen umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum. Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die Neuen Welten sind alle miteinander verbunden. Und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifröstlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Warnaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötenheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenruhne, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Denk immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus. Und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fährenden Weltenturm auf dem See? Der Jötenheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir gerne einen Schatz zum Auto vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet's? Das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch nicht. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bahn nicht lang gebrannt ist. Nein! Hm. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha, was ist das? Ich glaube, du hast's erledigt. Sieh mal da oben! Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon, die wir den Roben haben verloren. Oh man. Oh! Was ist das? Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Hm. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Ja! Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Oh, na gut. Noch ein Schiff will treiben. Ich setze sie mal zusammen. Ha! Was ist die aus? Ich lasze die schiffen. Also, nicht den Streifen. Wie kann ich das machen? Ja! Was ist die aus? Das ist die aus? Ich schüttere die aus. Drei aus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Winigens kommen wir dem Licht näher Moment, ist das Sindri? Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Komm her! Komm schon, komm schon! Gut ist los! Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Noch mal. Ich habe nichts gesagt. Ich könnte schweren, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen. Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen. Zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... Böse. 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 Untertitelung des ZDF, 2020